Einmal kommt der Tag, wo es wärmer wird im ganzen Land. Einmal kommt der Tag, wo man fettes Fleisch und Bratwurst mag. Da wird die Sau geschlacht, da wird die Kurs gemacht, zum Krefest im Garten bei uns zu Haus. Da wird die Sau geschlacht, da wird die Kurs gemacht, zum Krefest im Garten bei uns zu Haus. Einmal kommt der Tag, wo die Sonne brennt, man stirbt vor Durst. Einmal kommt der Tag, wo das Bier schmeckt und die Schinkenwurst. Da wird die Sau geschlacht, da wird die Kurs gemacht.